Liebesimpuls zum Vollmondkrebs. Ja, und es brodelt in der Kiste. Der Krebs bringt Emotionen ans Licht. Und ich habe ein Vollmondvideo schon gedreht mit 18 Minuten. Bitte das ganze Video unter YouTube-Kanal clarissam.seite Lichtwegimpulse Atlantis. Und los geht's. Der Liebesimpuls Vollmondkrebs morgen am 7. im 7. Jahr. Also die Masterzahlen 7,7. Na, und da ist er doch schon wieder, der Seelenpartner. Klar, der kommt jetzt in Bewegung. Glaube daran. Es ist so. Und der Vollmondkrebs schiebt jetzt alles an. Bitte das ganze Video 18-Minütig Vollmondkrebs YouTube-Kanal clarissam.seite Und was darf noch sein von Ciro Machetti und Tony Camino Salerno. Ja, die Mäuse auf dem Kopf. Alles wurde aufgelöst. Und genau darum geht es jetzt. Wir haben jetzt am 7.1.2023 die 15. den Teufel. Und der erlöst alle Blockaden. Der erlöst. Das ist ein Erlöser. Es geht jetzt darum, raus aus den Blockaden zu gehen und aus den Süchten. Und wir sehen hier von Ciro Machetti, es löst sich auf. Und genau das ist das Thema. Ja. Und wir haben, wie war das mit dieser 15 nochmal? Die 6 und die 9 im Krebs. Ganz genau. In diesen Zeichen. Es gibt ja so ein Krebszeichen. Da ist die 6 und die 9 praktisch so liegend abgezeichnet. Das ist auch die 15. Also der Krebs, der griebt so tief in die Erde, so lange, bis er das gefunden hat, was es zu erlösen gilt. Und das wird dann ans Licht gebracht. Also er ist schon ein Macher in dem Sinne, dass er die Emotionen hochspült und dann mit seinen Scheren abschneidet, wie Erzengel Michael, der auch diese Verstrickungen durchtrennt mit seinem Schwert. Bitte ganzes Video, YouTube-Kanal. Clarissa M.seite, auch mein Vollmond-Video, 18-minütig. Da habe ich ganz viel auch erklärt über den Krebs und auch über sein Wirken, weil die Ägypter haben den Krebs als Tierkreiszeichen stark verehrt. Also das war für die das Tierkreiszeichen schlechthin. Und Toni Camino Salerno sagt, ja, jetzt ist die Zeit gekommen für diese Sedeln-Partner. Die kommen jetzt in Bewegung, die haben sich aus ihren Verstrickungen erlöst sozusagen. Die Mäuse müssen eigentlich schon gar nichts mehr jetzt machen. Die 23 in 2023 liegt auf dem Kopf. Also das ist jetzt das Jahr zum Durchstarten in der 7.7 im 7. Jahr. Auftakt der 7.1. Vollmond. Das ist einfach so. Und so wünsche ich euch einen wundervollen Auftakt Vollmond-Krebs. Ich möchte es jetzt nicht zu lang werden lassen, weil sonst bringt es wieder alles durcheinander und keiner lädt es mir hoch, weil es dann zu lang geworden ist. Ich habe jetzt noch einen Impuls der Seelenpartner. Was möchte er jetzt noch am Unterdeck sagen? Ja, genau. Die Seelenpartner finden sich jetzt. Die finden jetzt genau zueinander und spiegeln sich im Anderen so, dass es eben ein perfektes Match ist. Das ist auch so. Auch gerne meine anderen Videos anschauen, die letzten 14 Tage über die Raunächte, je nachdem, wann man begonnen hat. Ich habe die Wintersonnwende als Beginn hergenommen, bis heute zum 6. Heilig-Drei-König. Und Giro Machetti möchte, was möchte er auch noch sagen? Da haben wir den Berg, ja, auch noch auf dem Kopf. Die Blockaden sind aufgelöst, sag ich doch. Ich wünsche was. Wundervolle Zeit. Namaste. Aus ganzem Herzen. Claire.